es ist das gleiche unter fünf minuten die gleiche zeit brauchen müssen wir brauchen aber ohne torpedos eine fresse da müssen wir jetzt auch mal gas geben ja gut nee kein kein risiko und die schlucht das tempo und fliegt niedrig um die im realen scannern zu unterfliegen kontakt bestätigt gehen auf abfangkurs benutzt ein zielsystem um gegner anzumisieren noch mehr ziele auf 12 uhr erledigt sie so getroffen du sagst gar nicht einmal passiert ich bin bei dir ich helfe dir ich bin bei dir ein habe ich einer das war knapp das hat wir sehen war bei dir war bei dir raumschiff reparieren kannst du wenn du an der diese komischen blauen dinge einsammelst komische blauen dinge habe ich noch nicht gesehen da unten längst zum beispiel weil der bursch ist das du hast eine mörder schärft dir ich bin schön ausbildet ja nein was hat er denn jeden schritt schildrat jetzt sag mal feind am boden mein gott ja das hat gesessen jetzt kommen die oberbosse gut geschossen ich kann ihn nicht aufzuteilen aufpassen Aufpassen! Feind neutralisiert! Riesentüber! Guter Schuss! Das war knapp! Jaha! Das hat gesessen! Alle Gegner neutralisiert! Ja, Jungs! Gute Arbeit, jetzt zur Basis zurück! Richtig, oder? Weil keiner von der KI von uns ein Torpedo abgeschossen hat. Formation bilden, Piloten! Wir fliegen nach Hause! Juhu! Meine R2-Einheit hat einen abgekriegt. Ich musste ihn erstmal flicken lassen. Juhu! 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 Juhu!